Und damit beginnt der zweite Tag unseres Roadtrips durch Westamerika. Wir sind heute immer noch in L.A. und schauen uns heute mal das Griff Observatorium an. Nachher geht es wahrscheinlich dann noch zum Venice Beach und das Hollywood sein. Das sehen wir auch, das ist direkt im Hintergrund. Das alles erleben wir heute, bevor es dann morgen über San Diego nach Palm Trees geht in die ersten Nationalparks. Wird mega geil. Also viel Spaß beim heutigen Video und wir schauen uns jetzt noch ein bisschen L.A. an. Jetzt sind wir ganz vorne beim Griff Observatorium. Eigentlich kannst du ja noch ein Stückchen hier rumlaufen um die Ecke, aber da ist aktuell wegen Renovierungsarbeiten geschlossen. Von daher ist das die Spitze. Und da drüben gehen wir jetzt nochmal hin, denn da hat man einen richtig guten Ausblick auf die Skyline von L.A. Wir sind jetzt nochmal auf die linke Seite vom Observatorium gelaufen und man muss sagen, hier hat man einen richtig geilen Blick auf die Skyline und vor allem, es ist komplett leer. Das heißt, wenn ihr hier oben seid, auf jeden Fall die Empfehlung, auf die linke Seite zu gehen und dann den Klick auf die Skyline zu genießen. Musik Und damit willkommen am Venice Beach. Mega geil. Wir haben jetzt hier geparkt, sind ungefähr 10 bis 15 Minuten entfernt vom Muscle Beach, wo auch der Skatepark und so ist und die ganzen Tennisfelder, da geben wir jetzt ganz gemütlich zu Fuß hin. Dann gehen wir nochmal ein bisschen ins Wasser. Das heißt, wir schwenken wieder zurück auf die GoPro, denn alles wo Sand ist, da nehme ich die große Kamera lieber nicht mit. Da nutzen wir die GoPro. Das heißt, viel Spaß und wir schauen uns jetzt einfach mal ein bisschen Venice Beach an. Wir sind am Venice Beach. Ich habe mir jetzt eine neue Cap geholt und richtig geiler Laden. Das ist einfach ein Transformer, vorne in den Laden gebaut, auch richtig aus dem Motorblock und so. Sehr cool gemacht. Die Jungs sind gerade noch drinnen, vielleicht holen die sich auch noch einen Hut und jetzt chillen wir einfach ein bisschen hier. Wir haben uns jetzt gerade einen Slashley geholt und jetzt sind wir hier am Venice Beach, direkt am Skatepark. Das ist ganz geil. Aktuell haben wir 24 Grad. Das geht richtig klar. Und es kommt richtig schöner Wind hier vom Strand rein und vor allem sind schon ein paar Kilometer hier durchgeflogen. Das ist ganz geil, das zu sehen. Jetzt sind wir am Strand und der Sand ist schon echt richtig heiß hier an den Füßen. Das ist schon krass, aber auch einfach ein geiles Bild schön mit den Palmen und sowas im Hintergrund. Das ist schon sehr geil. Und für uns geht es jetzt erstmal ein bisschen rein ins Wasser ein bisschen abkühlen. So, wir haben uns jetzt gerade mal Padletennischläge geholt, weil es am Start, das heißt, wir zocken jetzt eine kleine Runde im Padletennis würde ich sagen. Okay, also wir zocken mal eine Runde Padletennis und los geht's. Oh! shouting ich Sut In und Untertitelung des ZDF, 2020